Wir sind heute hier, um miteinander zu reden und nicht Steine auf eine Bühne zu schmeißen. Das hat mit Demokratie einfach mal gar nichts zu tun. Ein großes Dankeschön an die Polizei, die dafür sorgt, dass wir hier sicher unsere Veranstaltung durchführen können. Ein großer Applaus für die meidische Polizei.